Was geht Leute, der Lenny wieder mal hier. Pokémon versucht nach über 20 Jahren sein Markenzeichen über Pikachu hinaus zu erweitern. Mit Evoli erhält das Franchise ein weiteres Gesicht, welches bereits das Cover der im November erscheinenden Switch-Spiele ziert. Let's go Evoli! Nachdem ich Pikachu ja bereits in einem Video zum bekanntesten und gleichzeitig nervigsten Pokémon gekürt habe, Pikachu überall! wird es auch allmählich Zeit, dass Pokémon einen neuen Anstrich bekommt. Auch wenn die Farbkombo Gelb und Braun vielleicht etwas unglücklich gewählt ist, aber wahrscheinlich interpretiere ich da einfach zu viel rein. Ist Evoli allerdings die richtige Wahl? Hat der kleine süße braune Fellhaufen das Zeug dazu, das Next Big Thing für ein Generationen-altes Unternehmen zu sein? Evoli existiert seit der ersten Generation und ist somit seit Anfang an dabei. Es war damals das erste und einzige Pokémon mit verzweigter alternativer Entwicklung statt einer Entwicklungskette. Mit drei an der Zahl war es früher auch das Pokémon mit den meisten Entwicklungen. Seitdem wurde Evoli über die Jahre hinweg weiterentwickelt und seine Verwandtschaft wog stetig. Aquana, Blitzer, Flamara, Psyana, Nachtara, Folipurba, Glaziola und Felinara. In jeder Generation kam außerdem nicht nur ein neues Pokémon, sondern auch eine neue Entwicklungsweise hinzu. In der ersten Generation entwickelte man Evoli durch Entwicklungssteine, in der zweiten war die Tageszeit entscheidend, für Folipurba und Glaziola in Diamant und Perl kam es auf den richtigen Trainingsort an und Felinara benötigte eine Feenattacke plus Zuneigung zur Entwicklung. Das spricht schon mal dafür, dass die Evoli-Familie ein interessanter Haufen ist. In Pokémon Gelb war Evoli der Starter-Pokémon unseres Rivalen Blau. Wer Evoli selbst gerne als erstes mit auf seine Reise genommen hätte, muss auf die Spin-Offs Pokémon XD oder Conquest zurückgreifen. Entscheidest du dich in Pokémon Mystery Dungeon Team Blau, Team Rot oder Erkundungsteam Himmel für einen weiblichen Spielcharakter, kannst du im Verlauf Evoli spielen oder als Partner gewinnen. Im Anime begegnet uns Evoli als Teampartner von Gary, von Maike, von Sirena und einigen anderen Rollen. Aber warum sage ich euch das alles? Ganz einfach, obwohl Evoli immer präsent war, von Anfang an dabei ist und sich über die Jahre als eines der potenziell interessantesten Pokémon herausstellt, wenn man die Fakten betrachtet, hatte ich nie das Gefühl, Evoli hätte viel Ansehen von der Community. Es war immer da, ja, man redete über mögliche Entwicklungen, aber wirklich prominent war es nicht. Ich für meinen Teil war sehr verwundert darüber, dass man gerade Evoli jetzt das Spotlight gibt, wobei es natürlich Sinn macht, gerade wenn man über Pokémon Let's Go und seinen Bezug zur gelben Edition redet. Aber ich finde das ehrlich gesagt sehr schade, dass es mir so geht, weil Evoli wirklich ein tolles Pokémon ist und es meiner Ansicht nach sehr wohl das Zeug dazu hat, das nächste Gesicht neben Pikachu für Pokémon zu sein. Jetzt ist es nur wichtig, dass man Evoli auch langfristig weiterhin klug vermarktet. In Pokémon Let's Go für die Switch wird es zwar nur die ersten 151 Pokémon geben, jedoch könnte man für die achte Generation 2019 in Erwägung ziehen, weitere Evoli-Typen einzuführen. Es gibt so viele verwertbare, noch nicht umgesetzte Typen wie Geist, Gift, Stahl, Flug oder Stein zum Beispiel. Ansonsten ist mit Evoli als Namensgeber für ein größeres Pokémon-Spiel schon mal ein großer Schritt getan. Sein Name ist nun vollwertiger Bestandteil in der Aufzählung für bekannte Pokémon-Titel, es ist in aller Munde und wird, auch wenn Let's Go Evoli keine richtige Edition ist, einen großen Schwung an Popularität mitkriegen. Bitte tut mir nur einen Gefallen und gibt Evoli oder einer seiner Evolution keine Mega-Entwicklung. Oder Alola-Form. Oder überhaupt irgendeine Special-Version. Dann wird es wirklich unübersichtlich und unnötig vollgestopft in den Reihen. Gibt es auch Dinge, die gegen Evoli als sekundäres Markenzeichen vom Pokémon-Franchise sprechen? In der Tat. Pokémon verfügt nun über sieben, bald acht Generationen. Und wieder wurde es eins aus der allerersten. Wenn man wirklich vorhat, einen zweiten Repräsentanten für das Pokémon-Universum zu küren, hätte man sehr viel mehr Vielfältigkeit gezeigt, wenn man sich etwas über den Horizont der Uralt-Nostalgie herauswagt. Und ja, das bin gerade wirklich ich, der das sagt. Selbst Togepi aus der zweiten Gen wäre nachvollziehbar gewesen. Ich liebe ja Kanto und alles, aber die anderen Regionen und Generationen brauchen sich nicht zu verstecken hinter den Anfängen. Auch nicht die Pokémon. Naja, zumindest nicht alle. Pokémon hat sich entwickelt und das darf man der Welt ruhig zeigen. Etwas mehr Mut, Nintendo. Was haltet ihr von dem aktuellen Showing? Grund genug, euch Let's Go Evoli zu holen? Oder bleibt ihr doch eher beim altbewährten Pikachu? Schreibt's mir. Meinungen an sich nur in Kommentare, wie immer, unten in die Kommentarbox. Auf dem Weg dorthin findet ihr sämtliche Links zu meinen sozialen Netzwerken. Klickt dort einfach mal rein. Das war ein kleines Lebenszeichen von mir. Im nächsten Video sehen wir uns wieder. Bis dahin, macht's gut. Haut rein, Leute. Ciao.